Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und diese wunderschöne Insel. Ein unfahrender Dorfbeck würde euch dort mit Ayo Boan begrüssen. Auf Singanesisch heisst das wörtlich, ich wünsche dir ein langes Leben. Ich finde diesen Wunsch jedes Mal wieder sehr schöner Gedanken. Und ich hoffe, dass es mir mit meinen Bildern gelingt, auch das Leben von Sri Lanka etwas näher zu bringen. Als Bike-Destination ist die Insel kaum zu top. Ihr könnt in einem einzigen Urlaub in komplett unterschiedliche Landschaften fahren. Am Meer, in Tropenwäldern oder über Berge mit Teeplantagen oder durch einige Steppen. Ihr könnt auf einer Insel mehrere Kulturen kennenlernen. Die Singaneser sind Buddhisten und die Tamilen, wie die beiden Teepflückerinnen hier, sind Hindus. Ausserdem könnt ihr die Tiere in der freien Natur beobachten. Und das nicht nur in den Nationalparks, sondern auch während unserer Vinotouren. Und nicht zuletzt lohnt sich die Reise auch wegen dem feinen Essen und dem schönen Hotel. Viele haben einen Pool. Und am Anfang und am Schluss der Reise könnt ihr im Indischen Ozean baden. Der ist etwa 28 Grad warm. Die meisten Eindrücke sammeln wir direkt vom Velo aus. In zehn Bike-Etappen. Auf der Karte hier sind es rot. Wir bewegen uns also in den südwestlichen und zentralen Teilen der Inseln. Schon am Tag der Ankunft sitzen wir auf dem Sattel. Wir fahren direkt vom Strandhotel aus los und tauchen in den lokalen Alltag ein. Der frische Fisch wird immer innerhalb des gleichen Tages verkauft. Und der Kühlschrank braucht es auch nicht. Wenn etwas übrig bleibt, wird es getrocknet. Unser lokaler Bike-Hide kennt jeden Winkel. Und darum können wir auf ruhige Nebenstrasse fahren. Und was auch immer wir unterwegs sind, das zeigen und erklären. Und dabei kommen wir in Kontakt mit der lokalen Bevölkerung. Oft sind sie schüch. Aber sie haben eine riesige Freude, wenn man sich interessiert, was sie machen. Wenn sie spezielle Gemüse anbauen. Und wenn es etwas zu probieren gibt, dann machen wir das natürlich. So wie das frische Kokosnusswasser hier. Es gibt Nahrungsmittel, die ihr zwar alle kennt. Aber auch einen Baum haben sie vielleicht noch nie gesehen. Das hier zum Beispiel, das sind Cashewnuts. Unsere Velo und unsere Bike-Klamotten sind für die Menschen auf Sri Lanka ziemlich schräg. Dort fahren nämlich vor allem die Mannen-Velo. Und das im Toti. Eine Art Wickelrock. Und ihre Velo haben in der Regel nur einen Gang. Dafür müssen sie dann umso mehr transportieren. Aus der britischen Kolonialzeit ist noch der Linksverkehr geblieben. Und das wissen auf der Insel sogar die Kühe. Die ersten beiden Touren verlaufen noch in der Nähe des Meer. Ihr werdet sehen, wie die Fischer ihre riesigen Netze in Teamarbeit an den Strand ziehen. Es braucht Stunden. Und ein paar zusätzliche Hände sind dabei durchaus willkommen. Biker-Handschuhe sind auf diesem harten Seil ein klarer Vorteil. Den Tagesfall verteilen sie dann nachher gerade vor Ort. Am vierten Tag fährt ihr durch Landstrich, wo all das wächst, was man auf dem Markt posten kann. Sri Lanka hat mehrere Klimazonen. Und die Landwirtschaft ist genau auf diese abgestimmt. Weil ein Eis wird z.B. immer dort angebaut, wo gerade Regenzeit ist. Unterwegs halten wir auch mal in einer Schule. Unser Bike Guide kauft dann vorher noch Stifte und Hefte. Über eine Million Einwohner können auch heute noch nicht lesen und schreiben. Schulmaterial und gut erreichbare Dorfschulen sind darum wichtig. Hunger leiden müssen die Kinder auf Sri Lanka zum Glück nicht. Und ihr, ihr werdet unterwegs auf jeder Tour der lokalen Crew verwöhnt. Das hier, das ist mein Lieblingssnack. Lavaria. Reisnudeltäschchen mit einer Kokosfüllung. Ihr kommt auch zum Mittag noch keine Spezialitäten über und kennt Touri Food. Ein Wartseifer von Sri Lanka, das ihr vielleicht schon von Fotos kennt. Das ist der sogenannte Louie Felsen. Wir besuchen den knapp 200 Meter hohen Monolith. Bewusst früh am Morgen. Wenn die Zeit noch ruhig ist. Und das Ambiente absolut magisch. Auf dem Weg zum Gipfel seht ihr die berühmten Fresken mit der wohligen Mädchen. Und die Aussicht vom Plateau ist atemberaubend. Von unserem Hotel aus sieht man übrigens auch auf dem Louie Fels. Und ihr könnt in diesem schönen Pool relaxen. Natürlich kommen die auch am Tag mit einer neuen Felsbesichtigung zum Velofahren. Wir nehmen für den Weg zu den Höhlentempel, nämlich das Velo. Auf Sri Lanka sind 70% der Einwohner Buddhisten. Die Höhlentempel sind ein Heilungszentrum mit über 150 Buddhas. Warum sie so viele sind, das erfahrt ihr dort. Am 6. Tag sind wir wieder auf friedlichen Schleichwägen unterwegs. Und kommen mit Einblick in den Alltag der Bevölkerung rüber. Das Ziel ist die ehemalige Königsstadt Polonarova. Die ist oft auch das Ziel von Dutzenden von Schulklassen, die uns zum Teil spannender finden als die Ruinen. Dabei haben die Könige von Polonarova viel mit dem heutigen Aussehen der Inseln zu tun. Sie haben nämlich vor 800 Jahren 163 künstliche Seen angelegt, dank denen Sri Lanka so fruchtbar ist. Die Seen nutzen die Inselbewohner auch für den Fischfang. Am nächsten Tag kommen wir bis einige Langustenfischer vorbei. Mit ein wenig Glück hat es auch noch ein Kroki auf dieser Route. Wir kennen die Stelle im Fluss, die es manchmal auf einem Felsen zieht. Und der Bus bringt euch anschliessend noch zu einem Gewürzgarten. Dort werdet ihr in die Geheimnisse der ayurvedischen Heilpflanzen eingeweiht. Die beiden Bike-Strecken am 7. und 8. Tag im Gebiet nördlich von Kendi, die gehören für mich zu den schönsten. Wir fahren vorbei an Baumreisen und durch verwunschene Wälder. Überall hat es Wasser. Und wir kommen das Leben der Bevölkerung in allen Facetten mit über. Durchab geht es dann am nächsten Morgen ohne Muskelkraft. Vorbei an den Huna Falls und bis zur Hauptstrasse auf Kendi. Auf den Abschnitt, die verkehrsmässig eher erheftig werden, laden wir die Velos einweg. Das gilt z.B. für die Strasse auf Kendi, wo wir aber unbedingt hinwenden, wegen dem einzigartigen botanischen Garten. Dort sind nicht nur die Pflanzen spannend, sondern auch die Liebesperlen, die sich heimlich treffen. Es hat extra Wachpösten, die den mühsamen Job haben, sie vom Schmusen abzuhalten. Das zweite Highlights-Kendi ist der sog. Zahn-Tempel, wo die Buddhisten einen Zahn von Buddha als Reliquie verehren. Das goldige Türchen des Schreins geht nur dreimal pro Tag ganz kurz auf. Und dann herrscht totaler Dichterstress. Schon Stunden vorher kann man Mönche beobachten, der von aussen betet. Und der Duft der frischen Opfergabe im Tempel ist mehr als intensiv. Am 9. Reisertag könnte die ehemalige Inselhauptstadt Kendi noch auf eigene Faust erkunden. Und dabei z.B. ein paar Spezialitäten kaufen. In einem Gewürzlädchen haben wir das letzte Mal ein Eigentümer angetroffen, der uns in einem stolz die Foto von seiner Schweiz gezeigt hat. Am Mittag steigen wir dann in den Zug, der euch auf fast 2'000 m Höhe schaukelt. In Norelia herrscht ein komplett anderes Klima. Die englischen Kolonialherren und T-Barone haben sich damals dort hoch zurückgezogen. Und das Ambiente ist bis heute very britisch. Wir wohnen in den historischen Perlen des Orts. Das ist eine Reise zurück in die koloniale Geschichte der Insel, wo sie noch Ceylon geheissen hat. Ich bin nochmals froh, und so dürfen wir zwei Nächte in diesem Traumhotel bleiben. Am 10. Tag starten wir von dort aus mit den Bikes in einer Region, die nochmals völlig anders aussieht. Die Horton Plains. Der Weg führt euch zwischen Baumform auf eine Hochebene. Bei dieser Szenerie will wohl niemand als erstes sagen, ja klar, Sri Lanka. Und natürlich machen wir als Kuh vertraute Schweizer in der lokalen Milchfabrik noch einen Glassentest. Auf der stebenartigen Hochebene können dann die Paparazzi unter euch ihr Talent zeigen. Dort hat es freilaufende Sambarhirsch. Mist, sehen die schon. Ich kann gute Bilder einfacher haben. Das etwa 200 Kilo schwere Tiere, das hält brav an. Irritiert haben die nur die komischen Menschen auf Rädern. Denen hat er noch lange nachgeschaut. Nach diesen 50 Velokilometern bei kühleren Temperaturen könnt ihr dann noch eine unverfälschte Ayurveda-Erfahrung machen. In einem kleinen Bad Norelia. Nach der Massage wird man dort in einer Tonne noch Dampf gärt. Nur der Kopf bleibt aus. Am 11. Tag tauchen sie tief in die Tee-Kultur von Sri Lanka ein. Unsere Veloroute führt durch lauschige Täler und ihr erlebt unterwegs, wie viel schwere Arbeit hinter der Teegewinnung steht. Das Pflücken ist Hand und vor allem Frauenarbeit. Sie verdienen damit etwa 4 Euro pro Tag. Die gröberen Blättchen werden vermahlen und zu einem starken, eher bitteren Tee verarbeitet. Das ist das, was Sri Lanker trinken. Für die kostbaren, feinen Tee darf man nur die zwei obersten jungen Blättchen pflücken. Die könnt ihr selber ausprobieren. Und wie es danach weitergeht, das seht ihr dann am Nachmittag beim Besuch einer Teefabrik. Wir wollen den Tee anschliessend British Style geniessen, wenn wir in zwei wunderschönen Herrenhäuser einchecken für Weihnachten. Es ist dann fast ein wenig schwierig, so auf einem englischen Rasen zu hüllen, während unsere Crew mit hingab die dreckigen Velos und den Bus putzt. Und die sind aber alle total motiviert. Und sie verdienen mit ihren Jobs für uns besser als die meisten von ihren Anzelnen. Wir sind als Touristen auf der Insel mehr als willkommen. Wir dürfen auf Anfrage sogar in ihre Küche pranken, damit sie uns zeigen, wie man mit den indischen Zutaten umgehen muss, damit es einen Stil echten Curry gibt. Essen tun wir dann im Ambiente von englischen Teebaronen. Und die Füße könnt ihr danach in so einem Himmelbett. Am 12. Tag führt unsere Beigetappe durch kleine tamilische Dörfchen. Wer uns dort begegnet, der grüsst nicht mit Ai und Boan, sondern mit Wanna come. Das merke ich mir oft als eine Art englisches I wanna come. Tamilien hat Freude, wenn man ihnen mit dem grossen Antworten antworten kann. Vor allem die Kinder erwarten sie nie und finden sie dann lustig. Am Schluss geht es zügig durchab durch senige imposante Wälder, damit sie rechtzeitig vor Sonnenuntergang noch auf Jeep Safari kommen. Im Uda Valava Nationalpark lebt eine der grössten Elefantenpopulationen der Insel. Am Abend trifft man auch viele Vögel. Das hier ist ein sogenannter Bundstorch. Tiere in der Freien Wildbahn entdecke ich auch auf der letzten Velotour. Entlang von den Seen, die die singalesischen Könige angelegt haben. Das ist ein bevorzugter Lebensraum der Varane. Die könnte bis zu drei Meter lang werden. Und weil wir von den Bergen runterkommen, wird es jetzt wieder mit jedem Kilometer tropischer. Ihr könnt dann aber am Ende der letzten Biketour an diesem wunderschönen Strand ins Meer gehen. Die letzten beiden Nächte verbringt ihr in einem luxuriösen Strandhotel. Es liegt in der Nähe vom historischen Stadtzentrum von Gaal. Darum könnt ihr dort nochmal den Spuren der Kolonialherren folgen. Angefangen von den Portugiesen über die Holländer, die zum Beispiel die Kirche hier gebaut haben, bis zu den Breiten. Natürlich könnt ihr den letzten Tag auch einfach chillen, den Beach und das Hotel geniessen. Und vielleicht dazu noch eine letzte Stile, echte Ayurveda-Behandlung. Wenn ich dabei bin, schaue ich, dass wir nicht im klimatisierten Rest in die Nacht essen, sondern auch so. Voilà, wenn ihr jetzt die ersten Symptome von Eisenfieber gespürt. In Sri Lanka bieten wir ab zwei Personen auch als Individualreise an, weil wir auf unser lokale Team voll zählen können. Bikes oder bequeme, frontgefederte E-Bikes könnt ihr von Ort mieten. Als Gruppenreise ist Sri Lanka an den Daten buchbar, die laufend auf unserer Webseite aktualisiert werden. Bei allen Reisen gibt es die Optionen auf ein E-Miet-Bike vor Ort. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal mitkämpftet. Und mit ein paar weiteren Bildern wünsche ich euch Ayo Boan. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020